Lisa hat mich im Rucksack. Als erstes nehme ich beide Füße an den Fußsohlen und lege sie nach außen. Jetzt habe ich Platz für die Rückwärtsrolle. Ich lege mich mit meinem ganzen Gewicht mit den Schulterblättern auf hier im Bauch und meinen Po in die Luft. Nun kann ich beide Füße hoch in die Luft nehmen und eine Rückwärtsrolle ausführen und muss jetzt sofort im Spiderman Lisa festhalten.